Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Kochen mit AMC. Heute gibt es eine Suppe mit mir und zwar eine Käselauchsuppe. Super lecker, ohne Hackfleisch, mit Champignons, aber dafür doppelt so lecker. Viel Spaß beim Video. Folgende AMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Einmal unser Navigenio, dann habe ich den 4,5 Liter Topf hier und den Easy Quick mit dem Audio Thermen. So, von Lebensmitteln her haben wir 250 Gramm Champignons, 200 Gramm Creme Fraiche, 200 Gramm Schmelzkäse, 250 Gramm Porree, also zwei Stangen circa. Dann habe ich hier eine kleine Zwiebel, Knoblauchzehe, bisschen Muskatnuss, Pfeffer, Salz und 800 Milliliter Gemüsebrühe. Das war's. Wir werden ein bisschen schnippeln und uns dann alles schön anschwitzen. So, die Champignons haben wir schön klein gemacht und hier schalte ich ohne Öl einfach auf Stufe 6, damit wir Hitze bekommen. Das Ganze werden wir uns so ein bisschen anschwitzen und in der Zeit halt so ein bisschen mit dem Löffel hin und her und Zwiebeln und Knoblauch auch hier rein und auch gleich klein machen. Die Champignons geben jetzt richtig schön Wasser und wenn ihr habt, macht ein bisschen Smoky mit rein. Dadurch habt ihr so ein richtig schönes Smoky Aroma und das ist ähnlich wie Fleisch dann. Also es sind Champignons, das sind nie ähnlich wie Fleisch, aber die Konsistenz und der Geschmack ist dann einfach schön ein bisschen rauchig. So, und jetzt geben wir uns Knoblauch und Zwiebeln dazu. . So, jetzt rühren wir hier alles gut um, das sieht schon mal super aus, natürlich könnt ihr auch einfach Hackfleisch anbraten, so eine Variante haben wir aber schon, wir werden es heute ein bisschen ohne Fleisch machen und jetzt nehmen wir uns den Easy Quick, setzen den oben drauf, gehen auf meine Lieblingsstufe von Stufe 6 auf Stufe A nach oben und ich gehe hier auf das Dampfgasymbol auf 5 Minuten, das reicht vollkommen aus, so, danach geben wir uns erst Creme Fraiche dazu und den Schmelzkäse dazu und noch eine Note von der Muskatnuss, bis gleich. Der Biber ruft, wir stellen alles aus, yummy und jetzt verfeinern wir das mit dem anderen Zeug. Musik 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 Duftet das herrlich und jetzt sind wir schon fertig. so einfach ist diese Suppe und ich darf probieren. Musik Musik Beste Teil des Videos, ich darf probieren, ihr guckt mir zu und ich weiß jetzt schon, wie lecker diese Suppe ist. Mh, voller Geschmack, Fleisch fehlt überhaupt nicht, ich probiere nochmal. Mh, super würzig, mega lecker, super einfach, also macht die Suppe auf jeden Fall nach. Vergesst uns nicht einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr unsere Videos feiert, ihr kennt das Spiel, besucht uns auf unsere Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram, gerade bei Facebook, da haben wir eine eigene Gruppe, die heißt auch kochen mit AMC, da habt ihr, ich glaub fast 10.000 Gleichgesinnte mittlerweile, da könnt ihr Fotos reinposten, wenn ihr was nachgekocht habt, wenn ihr selber kreativ geworden seid und besucht uns mal auf unsere Social Media Kanäle, das habe ich eben schon gesagt, ich meine auf Instagram, da seht ihr öfter so ein Blödelein, so ein Blick hinter die Kulissen, da machen wir öfters Umfragen und das Wichtigste ist aber das hier oben, unsere Rezepte-Community, die heißt auch kochen mit AMC und da habt ihr so die geballte Ladung, Videos drin, also viel Spaß wünsche ich euch, eine knaller Woche, bis nächsten Donnerstag, ciao, ciao. So, mein Handy klingelt. Ich will mich nicht selber essen, doch, probier, nein, das sind meine Füße, lecker, oh.